Das ist ja das Schöne an Europa, was man erlebt, wie Menschen im Moment auf einer Bühne im Orkestet waren. Für alle Menschen was machen, Kunst machen und das gemeinsame Leben, wenn es so real vergrößert ist, ist das natürlich fast so. Das ist ja das Schöne an Europa, was hier in der Bühne passiert.